immer mal einen kurzen soundcheck morgen auf meinem kanal zu einem weiteren video meine ersten reaktion nach dem 4 zu 1 unseres svw in glattbach leider nicht viel zu eins für unseren 4 zu 1 für glattbach und ja also was soll man zu diesem spiel eigentlich sagen schreibt mir bitte in die kommentare was euch zu diesem spiel einfällt denn mir fällt zu dem spiel erstmal gar nicht so viel ein auf der anderen seite fällt mir zu diesem spiel extrem viel ein und ich muss aufpassen dass ich nicht wieder dinge formuliere die dann der ein oder andere eventuell für schwurbelei hält und daher werde ich mich halt zurückhalten und konstatieren dass werder in der ersten halbzeit komplett hilflos war am nix auf die kette gekriegt und woran lag das liebe werder fans weil das ist mein persönlicher eindruck ein trainer bei glattbach der dort zur diskussion steht liebe werder fans die taktik gefunden hat die es braucht um dafür zu sorgen dass werder nicht ins spiel kommt er hat nämlich ganz einfach die außen zustellen lassen und dann ging nach vorne gar nichts mehr darüber hinaus hat sich werder eine mannschaftsleistung gegönnt ja ich finde offensiv in der zweiten halbzeit ein bisschen besser keine frage in der ersten halbzeit ich will jetzt auch nicht zu hart sein aber defensiv und offensiv muss man eine ganz kleine fünf geben für meinen geschmack da ging überhaupt nichts zusammen nach dem ersten abschluss den werder dann hatte hat nur noch glattbach gespielt und ja dann kam es zu diesem elenden doppelschlag in der muss ich mal eben schauen ich daran denke wird mir jetzt noch schlecht liebe werder fans ganz ehrlich also weil in der elften und zwölf minute fallen diese tore beides eigentore im grunde genommen beim eins zu null in der elf minute fälscht leonardo bittencourt den ball ab sodass michael setterer in die falsche ecke fällt und beim es wird hier gar nicht gar nicht so ausgewiesen bei bundesliga kommen gut die abfälschung war relativ gering von daher wird alassane plea das tor zugeschrieben und dann gibt es dieses eigentor von marco friedl und also die entstehung dieser tore werde ich mir wahrscheinlich noch mal anschauen eine analyse in anführungsstrichen analyse nicht dass wieder irgendjemand meckert das ist ja gar keine analyse werde mir die tore noch mal genauer also solche tore darfst du darfst du einfach im grunde genommen nicht kriegen und irgendjemand hat mal gesagt dass fußball ein fehler sport ist werder macht fehler in reihe da steht es halt zwei zu null und unser svw bekam überhaupt keinen zugriff auf das spiel glattbach hat extrem clever gepresst muss man ganz klar sagen und wer da hat in der ersten halbzeit so gut wie gar nicht stattgefunden und kriegt dann kurz vor der pause da hatten wir in der location der ich geguckt habe noch die hoffnung das wäre eventuell noch kurz vor der halbzeit das zwei zu eins macht bekommt werder ein konter ein kontertor in der 45 minute wolf frank honorath frei auf das werder tor zu macht dann das 3 zu 0 ja da war das spiel gefühlt gelaufen und also was man werder nicht vorwerfen darf dass ihn dass sie aufgegeben haben also sie haben auch in der zweiten halbzeit sind sie noch mal mit frischer kraft rausgekommen aus der kabine und haben alles gegeben alles versucht nur der trainer von glattbach hat dann auch mit wechseln reagiert auf die wechsel von ole werner über die auch noch zu sprechen sein wird aber nicht in diesem video liebe werder fans und ja dann fällt halt in der 67 minute das 4 zu 0 und auch wieder ein konter auch wieder ein konter ich überhaupt nicht verstanden warum kleindienst dann auf rechts außen so frei frei war also die konter absicherung die ich eigentlich mal letzten video schon gelobt habe war überhaupt nicht da und dann bringt er halt das sind für justin jimmer in der 68 minuten noch mal keke top und da steht es 4 zu 0 liebe leute 4 zu 0 da bringt dann keke top und da gut da kann man jetzt sagen gut der kriegt spielzeit macht dann auch das 4 zu 1 nach einem einwurf wird er halt dann von marvin duksch angespielt und so kommt es dann halt zum 4 zu 1 glattbach hat auch noch zum ende des spiels noch die möglichkeit auch das 5 zu 1 und zu allem übel liebe werder fans zieht sich da mittelweise auch noch die gelb-rote karte nachdem er vorher schon irgendwie die gelbe karte wegen meckerns bekommen hat also alles in allem ein spiel kam alles zusammen also taktisch war glattbach extrem gut eingestellt hat das extrem gut auf den platz gebracht und für meinen geschmack hätte ole werner da schon in der ersten halbzeit reagieren müssen hat er aber nicht dann stand es halt 13 0 zur pause hat dann reagiert mit den wechseln wobei ich überhaupt nicht verstehe warum er dann die beiden abwehrspieler rausnimmt aber gut dazu später mehr eventuell ja und dann kommt so ein 4 zu 1 zustande 4 zu 1 gegen glattbach die vorher zwei punkte weniger als und als wir hatten und die jetzt an uns vorbeigezogen sind gut dass die serie irgendwann reißen wird das war ja klar aber doch bitte schön nicht so liebe werder fans schreibt mir in die kommentare und ja wir werden uns dann zu weiteren videos sehen bis dahin tschüss